Guten Morgen, hier ist der Knolle von Leica. Wir spielen heute im Schlachthof in Wiesbaden und ich versuche mal so ein bisschen den Tag über zu filmen und euch so ein bisschen mitzunehmen, wie das bei uns so abläuft. Das ist allerdings jetzt schon kläglich gescheitert, weil ich übel verpennt habe. Wir wollten uns um halb drei treffen im Proberaum und jetzt war ich gerade auf und wir haben halb drei. Gute, ich hab verkackt. Sorry. So, jetzt der Yves hier direkt aus dem Schnitt. Ja, das war natürlich ein bisschen doof, dass Knolle verschlafen hat, aber war nicht so schlimm. Leider haben wir dann nicht so viele Clips gemacht, aber hier sind direkt ein paar Szenen aus dem Schlachthof. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir gucken jetzt mal, was der Film macht. Wie dieser Junge da die Treppe hoch ist. Es ist nichts passiert, aber ich muss jetzt gehen. Scheiße, ey. Genau. Hä? Ja, ich hab schon. Ja, ich hab schon Vierge, ich hab schon. Ich hab schon. Ich glaube, man erkennt ganz gut an den Bildern, dass wir einen unfassbar geilen Abend hatten. Das Ganze fand im Rahmen vom Rock gegen Rechts statt. Vielen Dank an das OAT Wiesbaden für die Einladung. Und umso geiler, dass an einem Donnerstag so viele Leute von euch da waren. Vielen Dank dafür. Wir haben gerade im Kesselhaus gespielt bei Rock gegen Rechts. Es war wundervoll. Es waren so viele Leute, das war so geil. Leute, Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Was soll man noch sagen? Shame mit One und mit den Blue-Color-Punks. Wir setzen gemeinsame Zeichen gegen Faschismus. Was soll man da noch sagen, Leute? Hier könnt ihr uns jetzt bei unserer Vorbereitung für unseren Hometown-Show-Auftritt im M8 in Mainz beobachten. Das ist übrigens auch der Auftakt der Rise of Nightmare-Tour, die wir hier begleiten werden. Hier sehen Sie, wie mehrere Alchemisten ihr Banner aufhängen. Das ist extrem romantisch, muss man sagen. Hier links gibt es eine Bisserie-Idee. Schwul. Hallo, was ist mit deiner Meinung dazu? Wir hätten einfach mich fragen können. Guten Tag bei Schminken mit Eve. Heute. Was gibt's heute? Ich sehe immer darüber, was man alles beim Schminken falsch machen kann. Ich sehe gut aus. Wenn ihr was anderes sagt, dann ist das eine Lüge. Ja. Ja. Warte, warte. Ja. Du könntest in deinen Nasenlauch, das ist noch so ein bisschen asynchron. Nein, nein. Na, Ole, ich bin early. Bist du mal aufs Klo? Bitte nicht auf der Bühne. Eventuell nicht. Hört ihr mir zu? Könnt ihr was mal runterhäten? In 3, 2, 1, volle Begeisterung! Möge! Danke. Und jetzt viel Spaß mit... Ja, leider hatten wir keinen Videomann bei diesem Konzert dabei. Aber vielen Dank, dass ihr alle so zahlreich gekommen seid. Es war ein richtig cooler Tour auf Takt. Ich glaube, alle Bands waren richtig happy. Weiter geht's in zwei Wochen. In Lingen und in Bottrop. Kommt super gerne vorbei, wenn ihr Bock habt. Die Termine unserer Herbsttour klenden wir euch jetzt nochmal ein. Wir freuen uns auf den nächsten Vlog. Bis bald. Bis bald.